Und damit herzlich, recht herzlich willkommen zurück zu Trainsworld, weil es ist noch nicht lange her, aber ich hab schon länger nicht mehr hochgemacht. Wir sind hier gerade in der S-Bar, ja, normale S-Bar, VR Platt 25. So, und Fetti los, welchen Glattach neu eröffnet? Kunde, Lomm, Kommas, Kölken, ja, sagt mir überhaupt nichts. In welche Richtung Fetti? Da, jetzt oben, mhm. Sehr gut, hier EC gepackt. Noch ein paar Vito-Vergangs. Ihr könnts aber auch ein bisschen heller rein. Jetzt mal hier jetzt. Entzugdienst irgendwie abbrechen. Mh. Bitte hast du dich auf den Abstand bestimmt, um den Bahnsteig anzusehen. Also ich versuche, dass ich den Zug die Instanz entfernen bringe. Wie mache ich das Ganze her? Ja. Bleib einfach im Zug sitzen. Und irgendwann schmeißt der mich dann wieder raus. Oder so einfach, bitte. Switch mal hier rüber. Warten. Achso. Okay. Ja, das macht er jetzt automatisch. Keine Ahnung. Doch, egal. Ja. Da drüben, oder? Da drüben, oder? Wir wollen noch die eine Rangier da ran schauen. Da drüben, was so? Perfekt. Drei, sechs, drei. Drei, sechs, drei. Naja. Spießound manchmal. Wunderputzen. Die vierte Zone halt in Köln-Hernfeld. Die vierte Zone halt in Köln-Hernfeld. Da fahren wir lang. So richtige Tunnel gibt's ja, die werden nur in der Schnellverstrecke Kassels. So richtig schöne Tunnel. Und alles vollgeschnallt hier. Der fährt nach Düsseldorf Flughafen. Ich krieg da jetzt wahrscheinlich auch die Belohnung dafür, obwohl ich die Fahrt gar nicht gemacht hab. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Köln-Hernfeld. Wir haben dann Anschluss Richtung Düsseldorf Flughafen, Gießen, Frankfurt am Main und Aachen Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Aufsteigenden vergessen und wünschen noch ein angenehmes Wochenende. Auf Wiederhören. Jetzt auf einmal gibt der Gasfeuerstation. Mal schauen, wie der Computer so bremst auch noch. Der bremst aber gar nicht auf den Meter. Das kann ich nicht halten. So. Also jetzt krieg ich die Punkte, wo ich sie gar nicht verdient hab. Ist, kann ich vom Spiel her nicht ändern. Hat sie in den Pack gegeben. Theoretisch, ne? Ja. Ja. 52,6 Meter. Keine Ahnung. Ich versteh die Zeitangabe überhaupt. Zum freien Spielzeug. Fährt jetzt noch irgendwie weiter? Wahrscheinlich erst um, hm. Das schaut aber sehr knapp aus da oben. 9.30 Uhr geht's weiter. Die hat 93 Minuten verspelt. Das muss man sich erstmal ausmachen. 93 Minuten. Hammer. Das ist echt sauer. Hier. Und hat sogar keine Verspätung. Der nächste fährt um 9... Fün... Ne, nicht. 35 Minuten. Der hat... Ja. Ich hoffe, dass der auch noch reinfährt. 35 Minuten Verspätung. Das ist nicht lustiger. Da weiß ich nicht, ob da irgendwas passiert ist. Da weiß ich nicht, ob da irgendwas passiert. Immer zu lang Verspätung. Sindendorf und Köln Hauptbahnhof. Okay. 92. Jetzt hätten wir ja nicht Abfahrt, ne? Es schneit immer noch. Mal schauen. Ich komm hier irgendwie nicht raus. Doch es schneit noch, aber... Ja... Es ist nur so ein Bug. Also liegt schon über Schnee, aber... Ist da nicht schön eingezeichnet. Das wird zwar... Nein, jetzt öffnet er also noch. Obwohl er grün hat, aber... Mei... Die KI-Züge haben wir auch schon spät. Das macht's halt so realistisch. Also wir hoffen, dass er nach Koblenz noch reinkommt. Weil das ist ja echt... So dermaßen Verspätung. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Das ist ja eine Stunde schon richtig. Okay. Entschuldigung für den ständigen Wechsel. Kommt er da? Nee. Auf... Den Geist. Jetzt genießen wir mal die schöne Fahrt durch den Schnee. Aktuell gibt's ja Schnee. Ist ja auch wieder eine Zeit lang her, dass Schnee gab. Mal schauen, wo der überall hält. Also... Da hält alles schön. Nee, da hält er nicht. Aber er wird deutlich langsamer. Aus welchem Grund auch immer. Ah ja, jetzt weiß ich auch, warum die Mönchenglappe heißt. Weil die da hoch werden. Da geht's Richtung Mönchenglappe. Ah ja, jetzt können wir die Strecke mal mitfahren. Wie wir den Train soweit nicht... Zwei nicht... Nicht mit... Also wo wir nicht in den Bereich... Reingekommen wären. Ja. Da wartet noch einer. Ja. Geht's dir mal gleich futsch in den Hirn. Ja. Wie vermutet. So. Achso, ich bin schon noch da drin. Ah. Wir fahren angeblich. Das ist ja... Das coole. Werteilt sich dann der Wagen auch? Ah, ist das laut. Hm. Das ist irgendwie Einstein. Nein. Welche Richtung muss man? Ich schau mal die falsche. Das ist glaub ich die richtige. Na ja. So ein wenig ein Klappach ist es ja. Jetzt mal ein Zung. Licht ist zwar an, aber besonders helles trotzdem. Entschuldigung, was ist denn da los? Was wir hier nicht losfahren werden. Hat man da noch irgendeine andere Wahl? Ja. Man könnte schon hier nochmal fahren. Denk ich. Wissen. Vielleicht kann man... Ne. Wir haben keine Erlaubnis. Zum Fahren hier zu. können wir mal in den bahnhof einfliegen und gucken was da ist und wann der nächste nach menschen abwachen wenn er noch weiter folgen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da dann hinfliegen kann Also hier schon mal nicht Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Muss ja irgendeinen Weg geben, wie man da hinfliegen kann Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt sind wir wieder da, ne nicht hier, hier sind wir, ich wollte jetzt unbedingt mal weiter fahren, hier stehen wir die ganze Zeit von roten Signalen, tut sich aber aktuell nichts, hier sind noch die einzelnen Stromabnehmer, wobei Kabel sieht man in der Luft nicht, also diese, wisst schon was ich meine, diese Metall, ah jetzt da haben wir sie, diese Farbe, ja nicht Farbe, die Stahlbrähte, das ist ja, und da können wir auch gleich hier transporten, gut, da unten muss man nicht rund, kommen wir aber nicht weit, schauen wir mal, da muss man doch irgendwie, kommen wir nicht hoch, aber nie muss doch umziehen, ja ich komme halbwegs drüber, ne weiter geht sich, also ich stecke hier fest, oh ist der Donner laut, dann kommt es erst mal ne, nichts, ja marschier mal wieder davon, wenn hier nichts kommt, wenn man nichts macht, nichts machen, also bis später, vielleicht ziehen wir die S-Bahn nochmal, und lüften, dass die Fahrgäste frieren, die können ja eh wieder zu machen, also können sie nicht, ja, das regelt ja auch nicht, ja, das ist 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 ja. Das ist ja, 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 das bei der S-Bahn tut sich jetzt erstmal nicht die wird da wahrscheinlich stehen bleiben und nochmal danke für 105 Euro besser gesagt für 100 aber ich habe alles dasselbe da ist der Mauer warum nicht kommen wir durch den Tunnel durch wir haben leicht bewölkt angestellt und das Wetter nicht verändert das Gewitter ist jetzt nicht unbedingt schön wenn es auch schneit jetzt so fahr ich mal jetzt auch wenn man sie kriegt oder täusche ich mich dazu da gehen wir im Klang ja das Wetter ist am Brinkler also Ende der Sitzung ja aber wir können gleich weiter machen da ist das eigentlich nicht mal dargestellt aber wir kommen da gar nicht rein komisch da hochkommen wir auch nicht wie nochmals gesagt zum freien spiel ohne beschränkungen eigentlich komm mal da irgendwie an da halt ich hoch ach nee jetzt komm den Berg da auch nicht hoch das ist doch irgendwie zum Kölner Bahnhof zu kommen ach also das ist leider jetzt nicht hart aufpassen hier ist der Autofahrer aber nicht besonders viel anscheinend einfach rüber spazieren ach das ist blöd das ist richtig blöd ich komme jetzt nicht hoch aber das ist halt toll dass die S-Bahn jetzt mal wegfährt muss auch möglich sein wenn da auch nicht mehr kommt hier sind ein paar Häuser ja was war hier sieht deutlich besser aus ja wir kommen hoch nee auch nicht wir stehen jetzt hier und kommen nicht weiter das ist jetzt richtig blöd wie kann man richtig geduckt laufen wir mal durch die Gärten da noch interessant auf jeden Fall dass man hier alles erkunden kann aha Ende der Sitzung schon wieder ist einfach dann vor dem Spiel zurück ne wieso wird es irgendwie durchkommen also ich verstehe es gerade nicht warum da immer wieder dasselbe kommt also ich weiß schon ich komme immer nur so um um am selbe Stelle hin aber die S-Bahn war gezogen und aus so natürlich ist ja er hätte auch nicht gekriegen so ist ja nicht aber der Sitzung draußen freig grad schon ein bisschen um Hier rauschen ein paar Züge vor. Wunderbar. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie noch zu tun. Aber warum kommen wir denn hier nicht hoch? Vielleicht hier eine ganz andere Seite noch. Können sie mal ausprobieren. Geht auch nicht in den Tunnel, können wir auch nicht. Es geht sehr langsam voran. Aber irgendwie funktioniert es so. Ja, wir steigen höher an. Aber P ist nicht schlecht. Es geht leider nicht. Aber die S-Bahn kommt es halt erstmal ohne. Und warum schau ich hier nicht auf die Brücke runter an? Der geht zurück. Dann geht auch nicht. Okay, dann müssen wir es nachher abbrechen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.